Es ist soweit, es ist, endlich ist es soweit, meine DVD ist fertig. Hier ist meine Original-DVD-Booklet, habe ich schon in der Hand, das ist das Booklet, das ist der Pappschrober. Hier ist die DVD, endlich ist sie fertig, dauert ja immer ein bisschen, wir schneiden die ja komplett selber. Ich muss die mal gerade wieder gerade friemeln. So ist das. Das ist die Doppel-DVD, Männer sind bekloppt, aber sexy vom aktuellen Programm, habe ich gerade eben erst bekommen von der Sony, so dass ich glaube ab, ich weiß gar nicht ab wann die im Handel ist, da muss ich fairerweise sagen, weiß ich gar nicht was, was flüsterst du? 28. 28. Warten. 10. Echt jetzt? 28. Oktober? Echt jetzt? Ich dachte, die kommt erst im November. 28. Oktober. Also ab 28. Oktober überall im Handel. Ich habe sie heute schon bekommen, für eine geile DVD, was kann man sagen, steht alles drauf, Intro, Begrüßung, Männer und Technik. Also insgesamt sind es 36 Punkte, die drauf sind und auf der DVD 2 ist Making-Off. Chefe kommt, den Benicke, sehr lustig geworden, Backstage, Mario Janssner und was steckt hinter dem Hipporino. Das alles hier auf der Doppel-DVD. Männer sind bekloppt, aber sexy. Ab 28. 10. Ist richtig, ja? Ich habe gedacht, November. Nee, du schüttelst mit dem Kopf. 21. 10. Erscheinungstermin steht hier bei dir auf deiner Webseite. 21. Ja. 21. Sony hat mir 28. Nein, die Sony hat 28. geschrieben, aber ab 21. Oktober. Oktober? Ja. Echt? Ja. 21. Oktober, nicht 28. Jetzt haben viele gesagt, so, jetzt sind die mit dem Auto schon weg. Du bist doch von der Universal. Du bist doch ein Typ von der Universal. Du versuchst doch hier gerade uns zu burkettieren. Leute, wir müssen zusammenhalten. Ab 21. Oktober, ja, gibt es meine DVD im Handel. Einzel, äh, ich, Einzel, gibt es doch Einzel? Nee. Gibt es ja auch nicht. Gibt es Einzel-DVD auch? Einzel, Doppel und Blu-Ey. Echt, Schätze? Wir haben ja gesagt, wir machen nur Doppel. Einzel auch? Das weiß ich jetzt auch nicht. Wissen wir nicht, ja? Bist du sicher? Du sagst ja wieder irgendwas. Steht nicht irgendwo. Meine DVD gibt's. Also hast du das Programm drauf. Einzel-DVD macht auch echt keinen Sinn. Also wir drücken jetzt die Sony schon so ein bisschen, dass sie die Preise echt runterlassen. Weil ich bin der Meinung, dass, äh, man, für 30 Euro oder 20, was zahlst du für eine Doppel-DVD teilweise, wenn die gerade neu rauskommen? Was sind teilweise 30 Euro oder so? Das ist so viel. Das ist so viel. Was, mit was willst du denn, ja, mit was willst du, gibt es Einzel-DVD? Nee, Doppel. Doppel, 19, 99. Das ist so ein Preis. Und dann zwar nicht. Blu-ray. Sogar die Blu-ray, 1990. Zack. Siehste. Also, äh, ab, ähm, 21. Oktober 2019. Also, wir haben jetzt nun, nein, das ist die Original. Also, ab 21. Oktober jetzt, demnächst, gibt's sie im Handel, äh, für jeden, der sie sich holt. Viel Spaß dabei. Ich persönlich bin der Meinung, es ist die geilste DVD geworden. Wir haben lange gesessen, wir haben lange geschnitten. Äh, lohnt sich auf alle Fälle. Also, wer Comedy-Affin ist. Für den Weihnachtsbaum ist das auch gut. Äh, wenn er wackelt, kann man schön drunter schieben, dann ist er gerade. Also, 21. Oktober. Männer sind bekloppt, aber sexy. Warum wir bekloppt sind und warum wir dann sexy werden, alles hier. Auf dieser DVD. Jetzt mach mal so einen Effekt, dann brauchst du nicht schneiden. Hier. Hier.